Immerhin ist es eine große Halle. Wetten, gleich kommt wieder so ein riesiges, fettes Ding da. Die Schwerter sehen cool aus. What the fuck? The Slime Face. Hauptsache, dein Kopf ist andersrum. Peace, Leute. Und herzlich willkommen wieder zurück zu Mr. Butonus Adventure. Ich nehme gerade wieder ein Voraus auf. Ich muss gleich wieder weg. Und da war gerade irgendwas. Hat da im Chat gestanden und ich habe es nicht gesehen. Natürlich. Die Facecam ist an, natürlich. Und ich habe ganz was vergessen. Nämlich, dass wir Licht machen können, um besser zu lesen. So, okay. Hier steht nochmal. Keine Angst, die Dungeon werden noch besser. War nur hier noch nichts so gut am Bauen. Okay, da war noch... War da ein Zombie? Nein. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall einen Schlüssel. Dungeon Level 2. The Cube. Ich weiß nicht, ob wir wieder hochgehen müssen. Da oben war doch ein Chest. Da können wir aber noch nicht ran. Okay. Da müssen wir wieder rein. Ich nehme aber... Okay, so ist das am besten. War zu erwarten. So. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen die Soundeffekte ein bisschen leiser gestellt und habe die Musik einfach mal ein bisschen lauter gemacht. Damit man nicht... Was machen denn Ratten hier, Alter? Damit man nicht so ein bisschen meine Turbine im Hintergrund hört. Meine Turbine. Damit meinte ich eigentlich mein PC, weil er irgendwie beim letzten Mal ziemlich laut war. Und weil er seine eigene Playlist hat. Da komme ich hier nicht weiter. Wollte ich schon sagen. Ah, warte. Hier sind irgendwelche unsichtbaren Wände. Oh, nein. Bitte nicht, Butter. Butter. Bitte nicht, Alter. Ich hasse unsichtbare Wände. Wie soll ich hier vorankommen? Vielleicht kann ich Licht anmachen. Und es hier etwas besser... Nein. Alles hier ist... Anscheinend gibt es auch keine... Es gibt gar keine Sachen, die mir sagen könnten, wo ich lang gehen muss. Ich muss einfach nur noch Glück gehen. Oh, jo. Und ich drücke natürlich wieder Linksklick. Auf der Maus habe anscheinend Rechtklick. Und ich habe gemerkt, ich gucke immer in der Facecam so bescheuert. Oh, da sind noch mehr. Okay. Ach, apropos. Ich musste... Ich musste übrigens neu anfangen. Jo. Okay, von mir aus. Ich musste übrigens neu anfangen, weil ich eine alte, verälterte Version von der Map angefangen habe. Und jetzt spiele ich gerade die verneuerte, die Butter, die mir nochmal geschickt hat. Und ihr seht da schon der Beweis, da sind die Äpfel, weil ich habe aus Versehen Äpfel gegessen. Mach... Ähm... Okay, ich mache einen Doppelsprung. Machen Doppelsprung und Windsprung möglich. Sind da Schuhe drin? Pegasus Boots, cool. Okay, warte. Kann ich die irgendwie... Da, da. Kann ich die anziehen? Verbrauche ich die auch? Oh, nice. Okay. Okay. Nice. Und jetzt muss ich wieder einen Weg zurückfinden. Oder gibt es da irgendwas, was ich übersehen habe? Nee, ne? Jo, klar. Jo, klar. Okay, nochmal Mobs. Ich kann so viel spawnen, wie ich will. Dann kriege ich einfach Geld. Das ist ja richtig lol, Alter. Einfach um Kohle zu kriegen. Dann kriege ich einfach immer mehr. Okay, geil. Äh, jetzt muss ich nur noch den Weg zurückfinden. Der irgendwie so war. Oh, das ging... Das ging ja richtig quick, Alter. Und wie soll ich da jetzt hochkommen? Ich habe jetzt einen Doppelsprung, aber... Ach so. Wandsprung, meinte der. Ah, okay, warte. Weil das ist aber ein bisschen kompliziert. Ich verliege gerade neben. Oh, nice. Kann man die Kisten irgendwie doppelt öffnen? Da ist ein Schlüssel. Da ist nichts drin. Okay. Nice. Das ist auf jeden Fall sehr geil gemacht. Ich kann Doppelsprung einfach. Ich bin in der Mario. Hunde! Nein, doch nicht mit Hunden kämpfen. Oh, Mann. Das ist jetzt fies, Alter. Die Skeletten auf jeden Fall. Äh, ich bin auf jeden Fall... Äh, ich wollte... Ich sage das jetzt einfach nebenbei. Hier ist eine Turbine, Alter. Yo, geil. Die gibt mir... Wo ist die Fledermaus? Da. Ich wollte so einfach nur nebenbei sagen, dass ich dieses Wochenende nicht da sein werde. Ich werde bei einer Freundin sein. Und das bedeutet, dass sie mich, äh... Ich werde wahrscheinlich wenig kommentieren. Ich mache einfach nur vorproduzieren. Und, äh... Ich werde das alles planmäßig hochladen. So, dass es einfach hochgeladen wird. Alleine. Äh, im Voraus. Während ich nicht zu Hause bin. Also mache ich einfach nur gerade vorproduzieren, damit ihr schön welche Videos zu gucken habt. Und nein. Nein. Oh nein. Das finde ich voll mies, wenn solche Hundis kommen. Die tun mir voll leid. Okay, die tun mir nicht mal leid. Die sind voll die magesüchtigen Viecher, Alter. Ich sollte ihnen leid tun, Alter. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Alter. Wie mies ist das denn? The Cube. Oh, jetzt wieder solche fetten Dinger. Immerhin kriege ich dann Herzen. Oh, greift mich doch nicht sofort an. Ich kann die nicht hitten. Ich gucke immer so bescheuert in eine Facecam. Nee, ich gucke immer so, als wäre ich irgendwie so... Trogel oder irgendwie so. Oh, that's me. Oh, was ist das denn? Ist das ein Schwert? Stone. Oh, besseres Schwert. Nice. Okay. Dann stelle ich das hier erstmal raus. Das Ganze packe ich da hin. Patronen werde ich anscheinend nicht gebrauchen. Komm, das ist doch... Gibt es da nicht irgendwie... Das muss doch irgend so sein, oder nicht? Keine Ahnung. Von hier bin ich gekommen, oder nicht? Nein, ne? Ich bin von hier gekommen. Ganz ehrlich, keine Ahnung, wo ich gekommen bin. Nein. Oh. Dieses Waffen auswählen. Daran muss ich mich noch richtig gewöhnen. Von wo kriege ich jetzt Schaden? Fledermäuse. Oh, ich hasse die Viecher. Die fliegen einfach und die sind so klein. Die Hitbox ist so klein. Da kann man die ganz schlecht hitten. Und man hört sie einfach noch weiter, bevor sie tot sind. Und diese Dinger hier. Ich weiß nicht genau, was das ist. Es ist auf jeden Fall... Aber man... Man merkt also... Man hat gesagt... Also jemand hat gesagt, dass es irgendwie wenig auflösend ist. Dass irgendwie die Qualität, die Videoqualität ein bisschen schlechter wäre. Dazu kann ich einfach mal sagen, ich habe hochgeladen wie immer, gerendert wie immer. Das ist wirklich vom... Nicht richtig... Es kann daran liegen, dass das Texturebecken ein bisschen dunkel ist oder das Spiel allgemein ein bisschen dunkel. Oder vielleicht hast du einfach vergessen, auf 720p zu stellen. Und hast es auf 40p... Äh, 40p auf jeden Fall. Auf 140 geguckt. I don't know. Schon wieder. Oh nein, diese Hundis. Nein. Die tun mir echt leid. Jo. Aber diese Skelette, ne? Wenn die so zu zweit kommen, auf einen drauf und du bist so in der Ecke, dann hast du irgendwie keine Chance mehr. Ich bin tot, Alter. Oh, ich überlebe immer so ganz knapp. Immer ganz, ganz knapp überlege ich. Und jetzt nicht wundern. Ich habe zwar was an. Ich habe das gleiche T-Shirt an wie letztes Mal, wo ich das aufgenommen habe. Das habe ich irgendwo in die Ecke geschmissen. Nee, wieder angezogen. Und das habe ich jetzt erst wieder angezogen. Und jetzt habe ich sozusagen wieder angezogen, weil ich ja bald weg bin. Gleich weg bin. Bin ich wieder zurückgelatscht? Ich bin wieder zurückgelatscht. Oh, toll. Verdammt. Habe den ganzen Weg umsonst gemacht. Jetzt laufe ich einfach mal durch. Jetzt muss ich die ganzen Gegenden da schon wieder abkämpfen. Okay, dann macht nichts. Okay. Einfach für mehr Kohle, für mehr Experience, dann geht das auch klar. Habe ich gerade mit Geld? Nein. Auf jeden Fall, ich habe wieder das Gleiche an, aber wundert euch nicht, ich habe gerade keine Hose an. Ich weiß auch nicht, warum ich das sage. Ich habe einfach nur das, ich habe einfach nur den Oberteil des T-Shirts oder den Shirt einfach wieder angezogen. Habe gerade keine Hose angezogen, weil ich einfach gerade von der Dusche kam. Oh, okay, hier war ich noch nicht. Hier sind jetzt irgendwelche Mutant-Spider, Alter. Und die geben Gold. Hatte ich ganz vergessen. Oh, ich bin gut. Fuck, bitte, lass mich die Herzen noch mal ernst mal einsammeln. Danke, danke. Komm, bitte, 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 ich brauche Herzen. Ich brauche Herzen, ich brauche Herzen. Nein, 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 nein. Oh, ich bin einfach so geil, Alter. Ich bin einfach so geil. Ich bin einfach der Boss. Aber ich habe keine... Doch, habe ich. Fledermäusen, ich hasse dich. Ich hasse diese blutsaugenden Mistkerle, die irgendwie rumfliegen und die man fast gar nicht hitten kann. Okay, YOLO. Hier ist der Schlüssel für diese Tür. Gucken wir das Schlüsselloch. Oh, eine Frau. Nein, doch nicht. Ich bin verarscht. Jetzt kommt bestimmt was ganz Fieses. Ah, nee, doch nicht. Nee, ich wette, das ist eine Verarsche. Das ist nicht wie vorhin. Wette, ich springe jetzt runter und das ist nicht so. Ach, doch, okay. Ich dachte, das wäre jetzt noch ein bisschen schlimmer, dass das so eine Verarsche wäre. Aber YOLO? Jetzt kommt was Mieses. Ich habe so eine Tür geöffnet. Jetzt kommt auf jeden Fall was Mieses und ich habe mir kein Thermer gestellt. Deswegen mache ich alles wieder... Oh, nein. Ich mache gerade alles wieder spontan. Aber immerhin ist es eine große Halle. Wetten, gleich kommt wieder so ein rieses, fettes Ding da. Letztens dachte ich, das wäre so einer normal oder sowas. Und dann war der einfach riesig groß und jetzt kommen Spinnen. Oh, mein Gott. Alter. Was ist mit dir los, Lowrider? Und? Die Spinne ist tot. Es fehlen nur noch die Skelette. Ja, warum hitten die mich? Ja, warum hitten die mich? Sind ja nur meine Feinde, ne? Ich meine, warum konnten die mich so... Hatten die so eine große Range? So, einer weg. Hauptsache, dein Kopf ist andersrum. Dude, der guckt mich nicht mal an. The Skeleton Lord. Okay, jetzt muss ich den noch platt machen. Aber erstmal mache ich die hier platt. Hat der einen Bogen oder hat der ein Schwert? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Der hat auf jeden Fall einen Bogen. Ach, ich glaube, ich muss ihn... Ich werde mal versuchen, ihn da reinzukicken. Zumindest mit dem Lord, Alter. Durch mich kriegst du nicht. Ach, den kann ich nicht hitten. Ich müsste ihn wirklich hier reinlocken. Oh nein. Komm, geh rein. Lauf rein. Lauf weiter rein. Los. Lauf rein. Warum läufst du nicht rein? Ich bin hier. Hey, Yolo. Pst, pst. Bitch, please. Come on. Ja, genau. Komm, lauf da rein, Alter. Lauf da doch rein. Nein. Okay, verdammt. Verdammt. Muss ich jetzt von vorne anfangen? Verdammt. Immerhin läuft die Musik noch. Die ist cool. Dann habe ich eine Endboss-Musik. Obwohl der Endboss noch nicht da ist. Gleich kommt er aber. Hä, die Spinne läuft da einfach... Jo, okay. Läuft bei dir. Bleib einfach in der Luft sitzen. Jetzt ist er da. Jetzt sind auch noch die anderen auch noch da. Oh nein. Nein. Warum ist das so? Ey, komm. Brüder, Brut. Ey. Geht mal was essen, ey. Ja, lass die... Lass die sich prügeln. Ich schnapp mir dann die anderen so lange. Und jetzt schnapp ich mir den hier und jetzt den hier. Oh, das sind ja noch zwei. Ich seh die ja gar nicht so... Es ist dunkel. Es ist nicht meine Schuld, okay? Erstmal die Slimies hier. Dann droppen die aber leider keine Popeln. Okay, ganzen Popeln weggeklatscht. Jetzt kommt der Typ da mit der Spinne. Der ist ein bisschen nervig. Weil die Spinne so schnell ist. Aber YOLO. Ich könnte eigentlich machen, dass sie sich gegenseitig hitten. Komm, hittet euch gegenseitig. Bitte, ey, komm. Dude, komm doch mal her. Ja, dich mach ich einmal... Deskalettenlord. Ey, diesmal ist dein Kopf richtig rum. Voll das fette Teil. So. Ruh ich mir erstmal die Herzen. Ich brauchte die an dich gar nicht. Ich bin grad richtig dumm gewesen. Ja, komm. Du kannst da auch reinlaufen. So, dich mach ich erstmal kalt. Damit du mich nicht nervst. So, fehlt nur noch der da. Na, komm schon, Dude. Die Tür da ist auf. Nice. Fall da rein. Bitte, komm. Bitte, komm rein. Ja. Oh, ich muss nochmal... Ich muss doch einmal durch. Ey, komm schon. Ich muss die Pfeile doch abwehren können. YOLO. Dude, das ist nicht witzig. Ja, komm, lauf rein. Bleib da drin. Stirb. Oh, der hat Leben. Der hat Leben. Der hat viel Leben, meine ich. Natürlich hat er Leben. Der lebt doch noch. Lauf da wieder rein. Bitte, 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 bitte. Komm, Dude. Los. Stirb, stirb, stirb. Oh nein, er ist immer noch nicht gestorben. Wie viel Leben hat er? YOLO. Ich werde sterben. Ich werde auf jeden Fall sterben. Bitte, lauf da noch einmal rein. Bitte, bitte, los. Lauf da rein. Ja. Er ist tot. Er ist tot. Okay, YOLO. Und jetzt habe ich auch noch einen Herzcontainer dazu gekriegt. Das ist erstmal super krass. Wo ist denn der Herzcontainer? Habe ich den? Ich habe den einfach sofort. Okay. Das ist auch cool. Aber ich habe keinen Bossschlüssel bekommen. Was steht denn da? Komm nicht. Ich habe nicht gelesen. Bestand da. Okay, immerhin ist es jetzt Tag. Das ist auch nice. Tagsüber sieht es hier auch ein bisschen schöner aus. Oh, was ist denn das hier? Zweiter Dungeon. Schwer zu... Schwer zu erklimmender Berg. Okay, das bedeutet, dass da ein Berg ist, den wir hoch müssen. Tipp. Auf der Map sind Rüstungsteile verstreut. Sie werden dir helfen. Doch, sie sind versteckt. Okay. Sie werden dir helfen, doch sie sind versteckt. Und du darfst sie nicht verpassen. Okay, das bedeutet, ich muss mich jetzt ein bisschen umgucken. Da oben ist auf jeden Fall irgend so ein Scheiter. Den werden wir betätigen. Aber erst in der nächsten Folge. Weil ich ja auch richtig fies bin. Und irgendwie jede Folge einen Dungeon nur mache. Ich habe keine Ahnung, wie viele Folgen das insgesamt werden. Aber für heute reicht es auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Folge war. Deswegen... Peace out. Bis zum nächsten Mal. Bratwurst. Bratwurst.